Ich bin Anke Domscheit-Berg, Mitglied der Piratenpartei in Deutschland und kandidiere für das Europaparlament. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit, Politik und Verwaltung offener, transparenter und partizipativer zu machen. Genau das möchte ich auch im Europaparlament erreichen. Ich möchte, dass Lobbyismus transparent und nachvollziehbar wird, dass wir wissen, wie Gesetze zustande kommen, wie wir sie selbst beeinflussen können. Und ich möchte, dass Bürgerinnen und Bürger in Europa mehr Mitspracherechte haben. Ich möchte einen gläsernen Staat. Ich möchte aber auf keinen Fall gläserne Bürger. Ich möchte, dass anlasslose Massenüberwachung ein Ende hat. Dass Europa alles, was es kann, dafür in die Waagschale wirft auf der internationalen politischen Ebene. Ich weiß, wie das ist, überwacht zu werden. Ich bin in der DDR groß geworden, habe Erfahrungen mit der Stasi selbst gesammelt. Ich will das nicht mehr. Ich möchte keinen digitalen Totalitarismus. Ich möchte in einem freien Europa leben und in einer Demokratie aufwachen – jeden Morgen. Wenn ihr das auch wollt, tragt dazu bei. Geht wählen. Bringt euch ein. Denn wir alle haben mehr Macht, als wir es manchmal glauben. Auch das habe ich bei der DDR gelernt, bei der Wende 1989 vor genau einem Vierteljahrhundert. Wir haben die Macht, Dinge zu verändern. Macht dabei mit. Untertitelung des ZDF, 2020